Magisches Schloss Hallo meine lieben Freunde, ich bin die Irene Und heute haben wir eine Überraschung für Elsa vorbereitet Irene, lass uns ein Selfie mit der Torte machen Eine klasse Idee, lass uns das machen Lächeln Super, lass uns das schnell auf Instagram hochladen Fertig Anna hat ein neues Foto hochgeladen Lass mal schauen Die haben meine Lieblingstorte gekauft Für mich Na wartet Das ist Elsas Lieblingstorte Da wird sie sich freuen Das ist eine Eistorte, die gehört in den Kühlschrank Oh, Anna, da hast du recht Sag mal Anna, war ganz schön kalt draußen Lass uns einen Tee machen Ja, gerne Ein Minztee Und ich werde dir helfen Ah, heiß Mensch, da wird sich Elsa freuen, oder? Jetzt trinken sie auch noch Tee ohne mich Was für eine Unverschämtheit Das werde ich eben nicht vergessen Irene, hast du vielleicht was Süßes zum Lied trinken? Hm, das habe ich ja ganz vergessen Ich habe ja Gebäck Ah, cool Was für eine Becke hast du denn? Ihr werdet nicht mehr Spaß hinter meinem Rücken haben Wir sind in seiner Bim Hex, Hex Irene, wo bist du denn? Der Tee wird kalt Ah, ich komme ja schon Irgendwie geht es mir nicht gut Anna, was ist los? Ah, irgendwie ist mir kalt Anna, Anna, was ist mit dir passiert? Sie ist zu Schnee geworden Ah, meine Güte, ist der kalt Elsa, hast du das angerichtet? Ja, das war ich Weil ihr ohne mich meine Lieblingstorte essen wolltet Elsa, die Torte war für dich Das war eine Überraschung für dich Eine Überraschung für mich? Meine Güte, was habe ich angerichtet? Anna Anna, Anna, verzeih' Elsa, und was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie wieder zurückzaubern Liebe wird uns helfen Komm mit Ach, Anna, Anna Dieser Platz ist perfekt Für was? Für was ist der perfekt? Ich zauber ihr ein schönes Schloss Und sie wird verstehen, wie sehr ich sie liebe Anna, für mich Für den Willabin Hex, Hex Elsa Was für ein schönes Schloss Ich bin froh, dass ihr euch wieder versöhnt habt Ich bin froh, dass ihr euch wieder versöhnt habt Lasst uns gemeinsam Teet trinken gehen Ach, tut mir leid, dass ich so eifersüchtig geworden bin Das nächste Mal mache ich euch eine Überraschung Ich glaube, wir hatten genug Überraschungen für heute Ende gut, alles gut Und du? Magst du es, Überraschungen zu machen? Schreib mir das in den Kommentaren Ansonsten, man sieht sich Tschüss Schulung Musik Musik